Mississippi ist ein Bundesstaat in den Vereinigten Staaten von Amerika, er zählt zu den Südstaaten und hat knapp 3 Millionen Einwohner auf einer Fläche von 125.443 Quadratkilometer. Die Hauptstadt von Mississippi ist Jackson. Der Staat hat seinen Namen vom Mississippi River, der mit dem indianischen Wort für großer Fluss bezeichnet ist. Der Beiname Mississippi ist Magnolia State, Magnolien-Staat. Die Geografie Mississippi liegt östlich des gleichnamigen Flusses an dessen Unterlauf. Das Gebiet ist größtenteils flach mit einigen niedrigen Erhebungen im äußersten Nordosten. Im Süden hat der Staat eine schmale Küste zum Golf von Mexiko. Mississippi grenzt an die US-Bundesstaaten Tennessee im Norden, Alabama im Osten, und auf der westlichen Seite des Flusses Mississippi liegen Arkansas und Louisiana. Neben dem dominierenden Mississippi ist auch einer seiner Zuflüsse, der Yasu River, von Bedeutung. Gliederungliste der Counties in Mississippi Klima Mississippi kann in die subtropische Zone eingeordnet werden, mit milden Wintern und sehr warmen Sommern. Im Sommer ist die Niederschlagsmenge größer als im Winter, für bleibenden Schnee ist es im Winter zu warm. Bevölkerung Mississippi hat 2.967.297 Einwohner, davon sind 57,3% Weiße, 37,5% Schwarze und Afroamerikaner, 0,6% Indianer, 1,0% Asiaten, 3,0% Hispanics. Mississippi ist der Bundesstaat mit dem höchsten Anteil Schwarzer. Die Lebensbedingungen der Einwohner von Mississippi sind im Vergleich zu anderen Bundesstaaten eher schlecht. In den Bereichen Armut, Zugang zu guter gesundheitlicher Versorgung, Bildung und Lebenserwartung belegte der Bundesstaat 2009 den schlechtesten Platz innerhalb der Vereinigten Staaten. Einer von fünf Menschen lebt unterhalb der nationalen Armutsgrenze, die 2010 bei 22.000 US-Dollar für eine vierköpfige Familie lag. In einigen Counties leben bis zu 48% der Bevölkerung unterhalb dieser Armutsgrenze. Religionen 115.760 katholische Kirche Es gibt viele andere, vor allem protestantisch geprägte, Konfessionen. Größte Städte Liste der Ortschaften in Mississippi-Geschichte Traditionell wurde das Gebiet des heutigen Mississippi von Netschers, Cado und Chicaso bewohnt. Die ersten Europäer, die das Gebiet betraten, waren die Expeditions-Teilnehmer mit Hernando de Soto. Die erste europäische Ansiedlung war französisch und in der Gegend von Biloxi, 18. Jahrhundert. Ausgehend von New Orleans stießen die französischen Kolonisten weiter ins Territorium des heutigen Staates vor. Dabei kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Netschers. 1729 schließlich kam es zu einer militärischen Konfrontation, in deren Folge die Netschers fast ausgerottet wurden. Die Franzosen aber das Staatsgebiet ebenfalls verließen. 1763 kam das Gebiet östlich des Misses Epiriva an Großbritannien. Die südliche Gegend profitierte ökonomisch noch stark von den Franzosen in New Orleans. Sie brachten ebenso die Holzindustrie in die Gegend wie Viehzucht, viele Früchte, Reis, Tabak, Indigo und eine bestimmte wertvolle Baumwollart, die ursprünglich aus Jamm stammte. Aus ihren karibischen Kolonien brachten die Franzosen auch das Plantagensystem mit Sklavenarbeit ins Land. Größere Siedlerzahlen kamen aber erst mit den Briten nach Mississippi. Zuerst bekamen Veteranen des Franzosen- und Indianerkriegs dort Land zugesprochen. Es handelte sich also von Anfang an um eine Migration aus wirtschaftlichen Gründen von Menschen mit einem größtenteils mittelständischen Hintergrund. Die Siedler gründeten als erste Stadt Netschitz. In Folge des von den Siedlern in Mississippi größtenteils abgelehnten amerikanischen Unabhängigkeitskrieges fiel das Gebiet an Spanien. Die spanische Krone wollte ihren Einfluss sichern und gewährte den Siedlern dagegen deshalb viele Privilegien. Steuerfreiheit einen festen hohen Preis für angebauten Tabak und eine großzügige Landvergabe an Neusiedler. Die Siedler reagierten darauf, indem sie erstmals nennenswerte Mengen an Sklaven anschafften und sich gleichzeitig im Vertrauen auf die hohen Tabakpreise verschuldeten. Als die Tabaksubventionen schließlich eingestellt wurden, sahen sich die meisten Siedler von plötzlicher Armut bedroht. Erst nach diversen Experimenten kamen sie darauf, im großen Stil Baumwolle anzubauen, die schließlich zur bestimmenden Ertragsbasis der Südstaatenökonomie werden sollte. Begünstigt wurde der Erfolg zum einen durch die Erfindung der Egriniermaschine durch Illy Whitney, zum anderen durch schwere Sklavenaufstände und Rosamund Ruhn, die den primären Produzenten der damaligen Zeit Santo Domingo lähmten. Um 1800 hatten die meisten Plantagen im südlichen Mississippi auf Baumwolle umgestellt. Präsident Andrew Jackson vertrieb die Muscogee, die Chickaso und die Choctaw, die noch im Staat lebten. Auch im Norden und Osten Mississippis wurden auf diese Weise große Flächen zur Besiedlung durch Europäer frei. Fast alle Siedler waren bereits vorher in den USA angesiedelt. Sie hofften in Mississippi auf ein wirtschaftliches Weiterkommen durch freies und sehr fruchtbares Land im Staat sowie durch die Anbindung an den Mississippi River und damit auch an die europäischen Märkte. 19. Jahrhundert Der Staat Mississippi wurde am 10. Dezember 1817 als 20. Staat in die Union aufgenommen. Vor dem Bürgerkrieg war Mississippi der größte Produzent von Baumwolle in den USA. Als Folge der gewaltsamen Indianer-Vertreibung erlebte Mississippi in den 1830er Jahren einen Wirtschaftsboom. Dieser Aufschwung wurde zusätzlich noch durch den schuldenfinanzierten Ausbau der Verkehrswege befördert. 1840 war die Staatsverschuldung Mississippis daher deutlich angestiegen. Auch wenn die Schuldenstandsquote von 16% der Wirtschaftsleistung deutlich niedriger lag als etwa in Florida mit 77%, meldete Mississippi 1840 infolge der Wirtschaftskrise drei Jahre zuvor Staatsbankrott an und bediente seine Staatsanleihen nicht weiter. Am 9. Januar 1861 sagte sich Mississippi als zweiter Staat nach South Carolina von der Union los. Jefferson Davis, der Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika, war Bürger Mississippis. Bis heute spielt dieser Teil der Geschichte eine wichtige Rolle in der Selbstwahrnehmung. In Mississippi fand 1863 die Schlacht um Wixburg statt. In Wixburg, das sich am 4. Juli den Unionstruppen ergeben musste, wurde der Unabhängigkeitstag bislang nach dem Zweiten Weltkrieg von den meisten Einwohnern und von einigen bis heute nicht gefeiert. Erwähnenswert ist, dass Mississippi den 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, mit dem die Sklaverei in allen amerikanischen Bundesstaaten abgeschafft wurde, 1865 ablehnte. Diese Ratifizierung wurde erst 1995 nachgeholt. Wegen eines Formfehlers war die Sklaverei aber offiziell noch bis Februar 2013 in Kraft. Die Staatsflagge enthält als einziger US-Bundesstaat die Kriegsflagge der Konföderierten Staaten von Amerika, 20. Jahrhundert. Mississippi war im 20. Jahrhundert Schauplatz von Rassen und Ruhnen. Zahlreiche Schwarze wurden gelüncht, ohne dass die Täter dafür belangt wurden. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Bedingungen und der fehlenden rechtlichen Sicherheit wanderten viele Schwarze zwischen 1910 und 1970 in die Nordstaaten ab. Theodor G. Bilbo, zweimaliger Gouverneur des Staates und von 1935 bis 1947 Senator des Bundesstaates Mississippi, war ein rabiater Verfechter der Überlegenheit der weißen Rasse und setzte sich unter anderem dafür ein, den Lünchmord zu legalisieren, allerdings ohne Erfolg. Ebenfalls äußerte er sich antisemitisch. 1956 wurde das Savernmanifesto aufgesetzt, ein Protestschreiben gegen die Rassenintegration, das auch von zahlreichen Politikern Mississippi unterschrieben wurde. Im Zusammenhang mit den Morden an drei Bürgerrechtlern fanden die Behörden weitere Leichen ermordeter Schwarzer in Neusoba County. In diesem Zusammenhang weigerte sich der Gouverneur Mississippis, Paul B. Johnson Jr., mit den Behörden zusammenzuarbeiten und verdächtigte die vermissten Aktivisten, irgendwo auf Kuba zu sein. 1962 kam es zu Unruhen, die als Ole Miss Reitz bekannt wurden. 1966 widerrief Mississippi als letzter Staat in den USA die Prohibition. Mississippi blieb aus Sicht der Kämpfer für die Gleichberechtigung einer der rückständigsten Staaten. Erst 1967 wurde Mississippi durch den obersten Gerichtshof dazu gezwungen, als einer der letzten Staaten der USA das Verbot der Mischehen aufzuheben. Am 17. August 1969 traf der Hörigen Kamille auf die Küste Mississippi und hinterließ 248 Tote und 1,5 Milliarden US-Dollar Schaden. Am 16. März 1995 stimmte Mississippi als letzter Bundesstaat der Vereinigten Staaten der Unterzeichnung des 13. Verfassungszusatzes zur Abschaffung der Sklaverei zu. Die offizielle Ratifizierung fand am 7. Februar 2013 statt. 21. Jahrhundert Ende August 2005 löste der Hurricane Katrina enorme Zerstörungen aus, die noch über viele Jahre Folgen haben sollten. Politik der Staat Mississippi wird von vielen Ostküstenamerikanern als The Lost South bezeichnet. Der Staat im tiefen Süden hat das geringste Pro-Kopf-Einkommen aller US-Bundesstaaten, allerdings auch die geringsten Lebenshaltungskosten. Der aktuelle Bericht des American Legislative Exchange Council zu den wirtschaftlichen Aussichten der Bundesstaaten sieht Mississippi auf Platz 10. Mississippi gilt politisch wie auch gesellschaftlich als konservativ. Nach einer Umfrage des Gallup Organization ist Mississippi der konservativste aller US-Staaten. 50,5% der Befragten bezeichneten sich als konservativ. Eine Umfrage vor der Präsidentenwahl 2012 ergab, dass ca. 50% der aktiven Wähler glaubten, Barack Obama sei ein Muslim. Nach dessen Widerwahl demonstrierten Studenten der Universität von Mississippi mit rassistischen Sprechchören gegen den alten und neuen Präsidenten. 2012 wurde in Gexen die letzte Klinik geschlossen, die Abtreibungen erlaubte. 2012 ergab eine Umfrage, dass 29% der möglichen Wähler der Republikanischen Partei der Meinung sind, dass gemischt rassige Ehen verboten werden sollten. Der Staat Mississippi schreibt in seiner Verfassung vor, dass jeder, der ein öffentliches Amt bekleide, an Gott glauben müsse. Jedoch hat dieses Gesetz faktisch keinen Bestand mehr. Eine Umfrage ergab, dass 66% der Bürger Mississippis nicht an die Evolutionstheorie glauben. Im April 2016 wurde im Senat und Repräsentantenhaus des Staates Mississippi ein Gesetz verabschiedet, dass es Geschäftsleuten und Staatsbediensteten künftig erlaubt, Homosexuellen mit Verweis auf ihren Glauben ihren Dienst zu verweigern. Der Staat Mississippi ist aber auch ein Land der Gegensätze. Hier gibt es immer noch wie vor 150 Jahren einen Agrarradl, der nach wie vor riesige Plantagen sein Eigen nennt. Die ehemaligen afroamerikanischen Landarbeiter, die mittlerweile von Maschinen ersetzt worden sind, leben größtenteils in extremer Armut. In Mississippi traten einige Demokraten, wie in den meisten anderen Südstaaten auch, teilweise bis in die 1980er Jahre offen für die Rassentrennung ein. Trotz der bis in die 1980er Jahre währenden Überlegenheit der Demokraten bei Gouverneurs- und Senatswahlen, gaben die Demokraten ihre führende Rolle bei Präsidentschaftswahlen bereits 1960 ab. John F. Kennedy entsprach damals nicht den Vorstellungen eines WASP, außerdem galt er in Rassenfragen aus ihrer Sicht als zu gemäßigt. Daher gaben die Wahlmänner Mississippi ihre Stimmen im Electoral College geschlossen für Harry F. Bert Up, einen demokratischen Senator aus Virginia, der zwar nicht kandidiert hatte, aber im Gegensatz zu Kennedy eindeutig auf der Rassentrennung bestand. Nach dieser Wahl gewann Jimmy Carter 1976 als letzter Demokrat in Mississippi. Seitdem sind die Demokraten nur in Wahlbezirken mit schwarzer Bevölkerungsmehrheit oder durch quasi-republikanisches Wahlverhalten punktuell erfolgreich gewesen. Der Staat stellte bereits profilierte Republikaner im Kongress, etwa den langjährigen Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat Trent Lott. Derzeit vertreten die beiden Republikaner Seth Cochran und Rochavica den Staat im Senat. Im US-Repräsentantenhaus besteht die Delegation aus. Mississippi im 114. Kongress aus drei Republikanern und einem Demokraten im Electoral College stellt Mississippi seit 2004 sechs Wahlmänner. Davor waren es 1968 und zwischen 1964 und 2007 Wahlmänner, Gouverneure, Liste der Gouverneure von Mississippi, Liste der Vize-Gouverneure von Mississippi, Kongressliste der US-Senatoren aus Mississippi, Liste der Kongressabgeordneten aus Mississippi, Todesstrafe in Mississippi kann die Todesstrafe verhängt werden. Die letzten Hinrichtungen fanden 2012 unter Gouverneur Phil Brein statt. Anzahl der Hinrichtungen Bildung Die wichtigsten staatlichen Universitäten in Mississippi sind die Mississippi State University in Starkville, die University of Mississippi in Oxford sowie die University of Southern Mississippi in Herziesburg. Wirtschaft und Infrastruktur Mississippi ist das wirtschaftliche Schlusslicht der USA. Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag im Jahre 2006 bei 24.062 Dollar. Wichtige Wirtschaftszweige sind Anbau von Baumwolle, Mais, Weizen, Reis, Sojabonnen, Erdtüll, Erdgasförderung, Holzwirtschaft, Möbelindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Papierindustrie, Rinderzucht, Computerindustrie. Glücksspiel Mississippi war der dritte Staat der USA, der das Glücksspiel im 20. Jahrhundert wiederzuließ. Seit 1990 entwickelte sich die nach Nevada zweitgrößte Glücksspielindustrie der USA, die sich in Biloxi konzentrierte, sich inzwischen aber die gesamte Golfküste entlang erstreckt. Im Jahr 1997 betreuten etwa 30.000 Angestellte in 29 Casinos, 33.876 Spielautomaten und 1.370 Tischspiele. Mississippi kann dabei auf eine lange Erfahrung mit illegalem Glücksspiel zurückgreifen. Seit den 1960ern betrieb die sogenannte Dixie-Mafia bereits große und gutgehende Casinos. Das Ausmaß illegalen Glücksspiels in Biloxi überstieg das von Atlantic City. Seit 1990 ist das Glücksspiel auf Schiffen legal. Die Schiffe müssen dafür an einem Kai festgemacht sein und selbsttätig schwimmen, echte Seedüchtigkeit hingegen ist nicht vonnöten. Den Schiffen ist es sogar verboten, sich loszumachen. Hurricane Katrina allerdings traf die Bootscasinos so schwer, dass sich die Industrie seitdem immer noch in einer Erholungsphase befindet. Die Schiffen sind die Schiffen.